Monolog in der Badewanne von Erich Kästner Da liegt man nun so nackt, wie man nur kann, hat Seife in den Augen, welche stört, und merkt aufs Haar genau, man ist ein Mann, mit allem, was dazu gehört. Es scheint, die jungen Mädchen haben recht, wenn sie, bevor sie die Gewohnheit backt, der Meinung sind, das männliche Geschlecht sei kaum im Hemd erträglich und gar nackt. Glücklicherweise steht es in ihrer Hand, das, was sie stört, erfolgreich zu verstecken. So früh am Tag und schon so viel Verstand genug, mein Herr, es gilt sich auszustrecken. Da liegt man, ohne Portemonnaie und Hemd, und hat am ganzen Leibe keine Taschen. Ganz ohne Anzug wird der Mensch sich fremd. Da träumt man nun, anstatt den Hals zu waschen. Der nackte Mensch kennt keine Klassenfrage. Man könnte, falls man Tinte hätte, schreiben, Ich kündige, auf meine alten Tage will ich in meiner Badewanne bleiben. Da klingelt es, das ist die Morgenzeitung. Und weil man nicht, was nach dem Tod kommt, kennt, schreibt man am besten in sein Testament, legt mir ins kühle Grab Warmwasserleitung. Und bei mir das ist die Morgenstern. Untertitelung des ZDF, 2020